So, das wären jetzt aber wirklich die letzten 30 bis 45 Minuten, bevor ich ins Bett gehe. Du hast die Nase vom Hund in der Pause eingecremt. Ja, das muss leider gemacht werden, weil bei Möpsen, also beziehungsweise bei ihm, so ein Mops, den man nicht kaufen sollte, weil das halt Eidrasse ist, also Eidzucht. Aber das ist eine lange Geschichte, es ist halt einfach, ich wusste von Anfang an, dass der nicht ganz fit ist, hat der Züchter auch gesagt, das ist halt kein gewünschter Wurf gewesen und dann hast du halt, da hast du halt einen Mops, der die Nase relativ weit hinten hat und weil das beim Trinken kann diese Nase nicht befeuchtet werden, auch mit der Zunge kommt die nicht ganz nach oben, cremt man die ein bisschen ein, damit die halt nicht austrocknet. Obwohl das viele Hunde haben, das haben auch andere Rassen, die Schnauze haben. Das kann halt immer mal passieren, dass sie trockene Nase haben und dann crept man es ein. Walter Saar, hey! Affenschatz. Und jetzt versucht er es gerade an der Inneneinrichtung abzuwischen, die Creme, weil er nicht ganz so dumm ist, wie ich manchmal denke. Ich darf das sagen, ihr dürft das nicht sagen, das ist normal. Keines Vertrag mit Österreich, okay. Feinheit, die Zölle weg. Aber ich kriege auch Bürokratie zurück. Da ist so wie einer der drei heiligen Könige dein Hund, das ist richtig. Er ist Balthasar, also beziehungsweise eigentlich heißt der VIP Balthasar für Very Important Puck Balthasar. Und es war ein Dreierwurf, wo seine Geschwister heißen auch Melchior und Kaspar. Ich habe ihn mit drei Wochen kennengelernt. Da ist gerade die Zeit, wo die Augen aufmachen und er sollte eigentlich erst Kopernikus heißen. Aber als ich ihn näher kennengelernt habe, ist irgendwie der Kopf, also ist der Name Balthasar irgendwie im Kopf hängen geblieben mit der Zeit, wenn man sich so Gedanken gemacht hat. Und dann habe ich ihn Balthasar genannt. Das fand der Züchter so gut, dass er die anderen beiden auch in die Richtung benannt hat. Und weil es der V-Wurf war, ist es halt VIP geworden. Aber das sage ich natürlich nie. Er macht auch sehr viel mit den Pfoten, das kenne ich von anderen Hunden auch nicht. Beim Fressen und so weiter, der kann halt sehr gut Essen fixieren mit den Pfoten. Ist schon ein cooler Hund. Aber holt euch keine Möpse, jedenfalls keine Eilzucht. Eine Rückzucht ist okay. Gibt es ja inzwischen auch einige. Oder ihr holt euch eine der Mischrassen von Möpsen. Also wenn ich nochmal Mobs hole, wird es auch so sein. Aber ihm wurde ja offen kommuniziert, dass das ein nicht geplanter Wurf war. Und ich habe auch immer noch Kontakt zum Züchter. Und deshalb ist er halt ziemlich altbacken. Von der Mobsart her. Die Katze meiner Schwester isst ihr Essen mit Krallen. Ja, übrigens erinnert mich immer sehr viel an eine Katze. Also als wenn er eine Katze wäre. Also als wenn er eine Katze Ali sinnmasch war. Und dann bin ich auch immer gut. Auch wenn ich hier. Aber dann habe ich eine Katze. Schöpfung. Das war's. Ich bin lieber ja. Ich bin natürlich der Katze. Ich bin jetzt. Also bin ich. Ich bin ja. Ich bin super viel. Ich bin ja. Ich bin jetzt. Und bin ich da. Ich bin ja bist du da. Das war's für heute. Streitkräfte plus 7, das bedeutet, ich kann hier auf plus 10 pushen. Dann lass uns das einfach versuchen. Interaktion, Start der O-Bahn, bitte fangen wir an mit Wyoming. Wo bist du? Da! Nebraska erobern, South Dakota. Und North Dakota. Okay, ich könnte Österreich beeinflussen, im Krieg dabei zu sein. Gucken wir gleich mal. Ich will keine Übertragung von euch. Ihr könnt gerne danach auch noch Kriegsreparationen an uns zahlen. Ähm... Ja, jetzt haben wir eh nix mehr. Ach, scheiße. Ich hätte das nicht machen sollen. Jetzt werde ich gleich für die Beeinflussung nicht genug Schachzüge noch haben. Aber ist egal. Dann müssen wir das halt alleine regeln. Befreien? Die Länder gehören schon seit 50 Jahren zu mir. So, du bringst erstmal die Front da oben voran. Und der Rest verteidigt hier in der Mitte. Wobei, Moment. Du bist ja auch Offensiv-Experte. Da bringst du hier die Front vorbei. Ach, und du bist ja beschäftigt mit der Expedition wieder. Also, dass einer meiner Generäle direkt geflüchtet ist? Wir zahlen dafür. Militärgehälter erhöhen. So, Streitkräfte sind loyal. Plus zwölf. So. 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 wollen wir die unterstützen. Das sind dann nochmal 45 Bataillone. Ne, ich hole kein Stück Kanada, weil die Eroberung hier einfach schon richtig viel kostet. Was beziehungsweise vor allem Verruf bringt. Ich bin schon ausgestoßen mit 116. Was ist das denn? Ich hätte auch gerne ein Stück Kuchen. So, die Front wirst du ja wohl gut halten können. Wenn du rechtzeitig ankommst. Ich bin schon ausgestattet. Drei Tage. Einen Tag. Und da. Ja. Und hab direkt aufgehört hier Offensive zu versuchen. Moment. Sturmtropa hab ich schon freigeschaltet. Grabenratte plus 20 Defensive. Mach lieber das. 196. Das ist doch mal ne schöne Offensive. auch wenn es nur eins gegen eins ist. Aber auch das klappt. Wie die Herrschaften von Hudson Bay Company relativ schnell rauskriege aus dem Krieg. Ich kann mich ja auf die USA dann konzentrieren. Ich kann mich ja auf die USA konzentrieren. Ich kann mich ja auf die USA konzentrieren. So, weiter die Front voranbringen. Das war der mechanische Ackerbau. Mehr Bausektor durch, der Lichtbogen ist für Stahl, Verbrennungsmotoren, Automobilproduktion in den Motorenbergen, da ist dann die motorisierte Aufklärung drin, öffentliche Motorkutschen. Glaube ich, die Transporttickets für die Stahlwaggons. Wobei, lasst uns mal, äh, gibt's noch eine Technik da drüber? Ne. Dann mal Verbrennungsmotor. Das wird wieder die Einnahmen ein bisschen, beziehungsweise die Marktpreise ein bisschen durchschütteln. Macht ruhig Bolzen, Repetiergewerbe. Wir machen Waffen so billig, dass jeder eine tragen kann. Dafür brauchen wir auch Öl, dadurch werden Lebensmittel richtig billig. So, und hier machen wir die Spiritosen nochmal, Spiritosen nochmal ein bisschen günstiger. Naja, das sollten wir vielleicht nicht machen. Ja, Fisch ist immer noch zu teuer. Warum darf ich eigentlich den 69er hier rechts das voranbringen und den, äh, den kleinen links? So. Kannst du hier runterkommen. Äh. Äh. Ich hole mir kein Stück von Kanada. Das, ich muss die nur bekämpfen, die sind mit im Kampf drin. Äh. Und ein paar wird's, ähm, also ein paar wird's bei der Radikalisierung rausnehmen. Ähm. 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 gebt doch einfach auf und hast die Sache vor euch erledigt Kleidung wird schon wieder teurer da habe ich das Gefühl dass die Leute viel länger brauchen zur Front Ölindustrie Ausbau abgeschlossen wir wollen bitte 5k Bonus für Technikfortschritt die Explosion findet eine kleine Hütte in den Bergen halb verfallen scheint sie eins von spanischen Missionaren genutzt worden zu sein und steht nun leer es ist wieder schief gelaufen noch 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 Ah. 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 ich finde die mexikanische wirtschaft einfach so viel angenehmer keine plötzlichen acht milliarden einwohner ihr kämpft jetzt gegen gegner was für ein unsinn und ihr verliert auch noch gibt es irgendwo eine neue front so macht das ding hier endlich dicht fertig ne immer noch nicht jetzt aber jetzt konzentriere ich auf die front weil die können hier frei durchlaufen da sind fronten da komme ich gar nicht ran die haben sich irgendwie gebildet am besten ist die hier wo einfach nur ein kreis ist das wenn die Diesel pumpen. Aber wir sollten mal hier in Richtung des Funks gehen, damit wir unsere besseren Soldaten bekommen können. Achso, ihr wollt mich klein halten. Das ist aber schön. Und wie habt ihr euch gedacht, hier rüber zu kommen? Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass die Krieg gegen mich aussprechen, weil ich jetzt so wie auf den amerikanischen Weg geachtet habe. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht hier an die Front mit ran dürfen. Das wäre richtig scheiße. Österreich braucht Kolonien. Nein, die wollen mich nur klein halten. Das bedeutet, ich müsste Eroberungen der letzten fünf Jahre zurückgeben. Das geht, weil ich so viel Verrufenheit habe. Aber das ist dann wieder einer Macht, mit dem ich eigentlich ein Bündnis habe. Ich glaube, mit denen hatte ich ja einen Handelspakt und solche Geschichten. Jetzt ist halt wieder total erinnern, was die KI macht. Das ist dann insgesamt. Das ist dann ja. Be 쏟ig. Das ist dann. Das war's für heute. Oh, wie viel fehlt mir denn? Einiges. Britischer Markt, äh, russischer Markt. Produzieren mich keine Werkzeuge bei mir. Müssen wir irgendwie per Route reinholen. Moment, ich produziere keine Werkzeuge. Eigentlich produziere ich schon Werkzeuge. So, Hudson Company ist weg. Oh, was ist denn? Ja, ich verdiene natürlich gut jetzt mit dem, mit den Werkzeugen. Ja, das ist genau die Sache. Du hast in irgendeinem Bereich einen Handels... Also einen Handel aufgehabt und, ne, das ballert halt dich dann kaputt. Sobald dieser Handel irgendwann mal nach Jahrzehnten wegfällt... Da denkst du, scheiße. Nicht mehr dran gedacht. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schickt mir so viel Kohle, wie ihr könnt. Und ein paar Chemiefabriken, damit wieder Schwefel fehlen. Weil der Bausektor frisst das gerade. Na, irgendwie hat Frankreich wieder ein Problem mit mir. Oder Frankreich hat vielleicht selbst ein Problem. Was machen die gerade? Nix. Achso, Frankreich will mich auch klein halten. Die sind mit den Verbündeten. Aber hier kommt ja keiner. Die müssten ja mit Schiffen landen. Und das macht die KI eigentlich nicht. Außer untereinander. Also nach Großbritannien fahren die schon mal rüber. Also nach Großbritannien fahren die schon mal rüber. Scheiße. Mexiko hat schon häufig gegen die USA gekämpft. Hier. Wer hat denn zum Start der Schlacht so eine schlechte Moral? Zermögen ist normal. 20% Standard. Du bist so ein… Nud. konservative partei ist gegründet das ist ja auch etwas was die verändern wollen dass die stärke zum beispiel bei wahlen von stimmen doch höher ist als zurzeit ist das ist Das kann nicht deren Ernst sein. 4 gegen 478, gegen 68 und ich verliere im Nahkampf, es ist, obwohl der auch minus 25 hat. Und der hat ja eine Einheit mehr, also das ist aber totaler Unsinn, vor allem war eine Einheit, von dem sogar Scheißeinheiten sind. Aber irgendwie kriege ich den gerade nicht. Kann das sein, dass meine Truppen, dass die Einheitenzahl zwar richtig ist, aber in Wahrheit haben wir gar nicht, sind gar nicht voll ausge... Ja, das ist es nämlich. Die sind alle so weit angeschlagen, dass der keine Tausender Mann Stärke übrig hat. Hier ins Heimataubquartier, du musst dich wieder auffüllen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Weil keine Beschäftigten, die Bataillone können nicht aufgefüllt werden. Hm. Ich habe gerade erst angefangen. Ich investiere gerade in den Bausektor und den Holzfäller. Ist das sinnvoll zum Start? Ich habe eine Tutorial-Reihe auf meinem Kanal, die du dir angucken kannst. Da erzähl ich dir zweieinhalb Stunden, was gut ist. Beziehungsweise worauf man achten sollte. So geht es auch einfach in die Bereitschaft. Bei der Verteilung solltet ihr immer gewinnen. Der patriotische Eifer hat auch abgenommen. Ah, Absturz. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ach, verdammte Hacke nochmal, ey. 18 Freunde spielen das Spiel. 13 Freunde haben sie auf ihrer Wunschliste. Abbrechen. Mein Hund wandert hier wieder durch die Wohnung. Stopp. Jetzt. Du, 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 du. Du, 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 du das war gerade noch nicht da ich muss ein bisschen bevölkerung einsparen damit ich die rekrutieren kann warum braucht der 14 tage bis nicht da unten ich muss ein bisschen bevölkerung einsparen es kann nicht sein dass ihr so verliert ich habe ja vorhin noch gesagt die kommen eigentlich nicht übers meer zeig mir die aktuellen mannstärken hier drin es gibt eh keine angestellten hier hmm geht man nach da unten man muss das hier oben alleine schaffen oder auch nicht das spiel wie verarschen ey warum ist denn die moral direkt auf 20 prozent runtergefallen plus 20 prozent moral schaden aber die haben doch keine richtige bewaffnung das ist doch alles abfall hier 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 toll jetzt ist hier wieder das problem es hat sich eine neue frontlinie gebildet hier hinten und die anderen frontlinien wurden ignoriert also beziehungsweise sie sind dann falsch gesprungen ach ganz cool sie halten lange stand wir uns jetzt unsere wehrpflichtigen so 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 Ah, die Frontaufteilung ist halt echt ein Witz. Vor allem jetzt ist die Front hier unten weg, sind wir hier auf der Hauptfront. Das ist halt nur das Problem, wenn du nur ein General hast an der Front, dann springt du auf die falsche Front, du hast einfach die Arschkarte. Das ist halt nur das Problem. So wird frische Bataillone bekommen. Wobei glücklich sieht anders aus. Wir haben leider den Bonus schon verloren für Eifer. Dann lass uns Tiefenverteidigung jetzt erforschen, dann war plus 30% Armeeverteidigung. Nutzung von MG-Schützen kann ich ja nicht machen. Das ist alles ein Haufen Scheiße. Ich werde es niemals verstehen ey. Ich habe bessere Generäle und so weiter und so fort und es geht einfach nicht voran. Ich glaube ich muss gegen die USA ein paar Jahre noch mal kämpfen. So weißer Frieden mit den USA. Wir müssen alle unsere Truppen hier unten haben. Ja das Problem, das ist wirklich. Aber es kann ja nicht sein, da ich in Offensive 200% habe. Also doppelt so stark bin wie der Verteidiger und trotzdem nicht durchkomme. Klar, jetzt sieht es ein bisschen dummer aus. Aber der Kampf ist halt wirklich das Beschissenste bei Viktoria. Und dann bist du in der Defensive und bist bedeutend stärker und verlierst auch. Also es ist halt wirklich lächerlich gegen sehr viel schwächere Truppen. Wobei. Wenn der jetzt noch gewinnt ey. Das sind noch zwei Einheiten, die von dem leben. Bisschenweise einsatzbereit sind. So, ich muss nur verteidigen, dann kriege ich auch ein bisschen von meinem Land zurück. Und verteidigen ist einfacher. So. 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 Jetzt kapituliert Frankreich. Und zu Österreich komme ich ja nicht rüber. Das war's für heute. Bauen wir ruhig da eine Munitionsfabrik. Kannst gerne in Kalifornien eine bauen. Sollte ich mein Militär vielleicht besser aufteilen. Aber es bringt ja auch nichts. Ich habe ja keine... Naja. Vor allem so viele werden ja gar nicht benötigt. Ja doch, 40.000 sind gebunden. MG Schütze verstärkt nochmal meine ganzen Truppen. Nein, man hat trotzdem ein Zeitlimit. Du kannst es aber einfach weiter spielen. Und ja, die Truppen mit MG ausrüsten. Schön und gut, machen wir noch. Ich kann die Wehrpflichtigen gerade auch nicht zurückschicken. Haben wir denn... Ja. Gut. Das ist auch ein bisschen kacke. Artilleries werden sofort günstiger, weil... Braucht man nicht mehr. Das ist auch ein bisschen kacke. Ich bin Roderien und Herrsbert... ... latest in viele Räufe. Aber ist es nur eine Räufe. Sollte aber auch jetzt. Das ist ein Problem. Ich kann mich noch nicht an die Räufe. Ich stampfe ein bisschen ein. Das ist aber einiges mehr Waffen die ihr benötigt. In jeder Provinz bringt das dann nicht eine Kaserne zu bauen, das muss ja auch so verteilt sein, dass ich dann eine Bevölkerung habe die auch kämpfen kann bzw. die frei ist dafür zu kämpfen. So, das sprengt mal die Elektrizität, wobei Ticketpreise sind eh nicht so. Ich kann gerne einen auf Elektrozüge umstellen, aber eigentlich brauche ich das gerade alles nicht. So, bleibt das alles ein Mischmasch. So, da fehlen uns noch die Radios. Motorisierte Aufklärung bringt den Ölpreis ein bisschen hoch. Den Gummi werden wir dann in der Autoproduktion brauchen, die Motoren, Werkzeuge fallen weg. Du kannst, nachdem die Zeit abgelaufen ist, ich erwähne es nochmal, wie ich schon 10.000 Mal vorher erwähnt habe, kannst du dein Savegame weiterspielen. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Wir haben Deutschland schon gespielt. So, Motoren, Automobile, 250. Das ist natürlich ein bisschen viel. Aber ich subventioniere das ja, dann ist das okay. So, damit drücken wir die Motorenpreise nochmal ein bisschen. Das ist nochmal die ganze Welt abhängig von unseren Motoren. nach unseren mexikanischen Automobiler. Der Norddeutschen Bund Kleinheiten. Österreich will wieder Ärger machen. Aber ich will das nicht. Ich will nicht kämpfen. Wir haben genug Bevölkerung geopfert. So, noch eine weitere Waffenfabrik. Jetzt mach ich noch eben kurz die Ölbauanlage. Nochmal 5 oben drauf. Ach komm, direkt die 20 in Kalifornien. Und dann machen wir Ende für heute. Ist spät. Es geht dem Staat ja nicht schlecht. Es geht dem Staat ja nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Rang 1 bis zum Ende... Also es sind ja noch 30 Jahre, aber es ist gerade echt scheiße gelaufen. Nein, Deutschlands entstehen zu lassen ist doof, weil der sich im Prestige und in der Größe direkt überein einordnet. Bringt halt... Ja. Ist halt vom Rang direkt höher. Na? Mach weg. Kalifornien. Da bauen wir schon. Montana hat auch wieder ein Problem mit der Eisenbahn. Das ist eigentlich so kacke, ey. Okay. War nicht mein Krieg. So. Ja. Nach Youtube. Ende der Folge. Im Stream. Wir werden jetzt auch alle schlafen gehen. Ich bin nur zusammen mit dem VPN. Ja. Ich bin nur bei dem, wie es ist das Gefallen.